so fäden sind alle vernäht das ist immer die arbeit die ich überhaupt nicht mag jetzt wird das ganze teil gewaschen in einem wäschebeutel in der maschine das finde ich sehr schön das kann man mit der linate problemlos machen natürlich auf ein handwaschgang und so hängt sich das dann alles noch schöner in form und mein maschenbild was eigentlich sehr schön ist zieht sich dann noch ein bisschen schön zusammen ok und dann geht es da weiter oder 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 ich habe ja immer fünf teile auf der nase und wir sehen uns bald habt viel spaß habt ihr noch irgendwie eine frage dann her damit das letzte video war ja nicht ganz so schön weil ich so gewackelt und gewibbelt habe naja das ist dann halt eben mein naturell kann man halt nichts dran machen aber so geht es natürlich auch habt ihr noch irgendwo eine frage dann her damit ich freue mich immer über eure kommentare und vielleicht ist da noch jemand dabei der von 15 bis 21 oktober zu mir kommen möchte ich habe noch plätze frei bis dann habt einen schönen feiertag ich hänge mich an der nadel bis bald eure bärbel tschüss bis dann